So, Dankeschön, meine Damen und Herren. Ich darf Sie mit dem Tauchwächter herzlich begrüßen. Im Namen vom Grenzwanzertsitz und im Namen der Jubiläare, 40 Jahre für die Rollerböhm, Helmut Lukasser. Er hat den 65. gefeiert. Ich würde mal sagen, der wäre doch der Jünger, der Teufel. Aber einen Applaus für die 4. Rollerböhm. 40 Jahre für die Rollerböhm, das ist ja ein Wahnsinn. Danke, alle Fans von den 4. Rollerböhm, da sind ja auch der Großteil, auch unsere Fans auch dabei. Ich werde mal sagen, vom Vorzentort, Karlsruhe und der ganze Umgebung, da haben wir recht recht herzlich begrüßen. Der Dirk und Lederhosen, Stammtisch und so weiter. Und natürlich unsere Freunde aus Eschbach, aus Elsass. Servus. Und natürlich, würde ich mal sagen, aus der Schweiz. Die waren wir auch recht herzlich begrüßen. Und aus Deutschland auch ein herzliches Willkommen. So, meine Damen und Herren. Ich glaube, das ist ja auch schon der Großteil, das ist ja schon vorgestellt worden. Und das war es mir an. Aber die haben es noch vielleicht nicht so kennen, an unser Fanclub, unsere Präsidentin, wenn man ein Weiber eignet ist. Es muss ja nicht immer ein männlicher Präsident sein, das ist uns auch viel lieber, wenn es eine weibliche Präsidentin ist. Ja, die waren wir auch recht herzlich begrüßen. Die Romy Schumacher. Servus. So, ganz kurz nochmal die Kollegen. Vorstellung vom Grenzland 6Z. Ganz heißen, das ist der Hansi. André, komm bitte. So, der Zweite, der mit seiner Schwarzwurzel. Mein Gott, der hat einen neuen Zahnarzt. Der war in Ungarn. Der war in Niederschwang. 38 Zehle und alle oben. Hat sie was unten? Achso, das kann man zweiseitig hernehmen, gell? Ja, ja. Das ist unser Charlie. Achso, das ist unser Charlie. Abnimm'n hat er ein bisschen, gell? Ja? Aber lieb'n. Bringst du einen Knopf noch zu? Mein Gott, der Gewillan. Hast du den schon immer gesehen? Momentan leidet unser Charlie an Verfolgungswahn. Was? Wieso? Er glaubt immer unter seinem Bauch steht einer. Ja, und da war ein Held. Und das war so an. Das war so kutzig. So, meine Damen und Herren. Was haben wir noch? Am Akkord, der Ananser Simon. Bravo! Und hat unser neuer Mann, möchte ich mal sagen, für uns ist er kein neuer Mann. Wir kennen ihn schon jahrelang. Bekannt von den Lechstallerbuben her und so weiter. Und das ist er, der Bruno. Und das war so kutzig. Bravo! 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 Das ist er so kalt und kräftig unter dem armen Luf von der Zartbeierkaufibiet. Das freut uns natürlich auch. So, mit dem Herrn haben wir einen Bandleader. Das ist unser Peppi Schwellester. Danke für den Applaus und unser Sepp. Wir haben ein Paar getan und mit seiner Konferenz. In meiner blöden Go-Sepp. So. So, mit dem Herrn auf geht's. Wir brauchen ein paar Titel aus unserer Serie. Wir bleiben in die Rolle Lande. Und zwar Innsbruck, das Herz von Altenland. Wow! 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 Woh! 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 Brüner, ich bin's gut, bei dir lang fühlt sich jeder Wohl, du nimmst mit schönem Land, die Wohl, die Menschen ziehen es zu dir hin. Steig dich auf der Wessel und schau mich ab ins Land, sie gibt die Riesenwahl, sie grüßt mich aus dem Land, wo er so friedlich kommt, sein Weg war ab der Ball, ein Dach aus Kur und Gold, das jeder gerne schaut ins Blut. Du bist das Herz von altem Land, bist auf der ganzen Welt bekannt, als könnte die Stadt ein grüner Wind ins Blut. Bei dir, da sind sie jeder Wohl, du nimmst mit schönem Land, die Wohl, die Menschen ziehen es zu dir hin. Innsbruck, Magina, fühlst sich jeder Wohl, du nimmst mit schönem Land, die Wohl, die Menschen ziehen es zu dir hin. Innsbruck, Magina, fühlst sich jeder Wohl, du nimmst mit schönem Land, das ist die lustige Jagd, nicht die lustige Magd, die lustige Jagd.